guten tag leute hier spricht oja peter gaming solo wie gesagt heute werden wir mit bochum versuchen den aufstieg abstieg zu verhindern werden wir sehen was normal mit ab mal schaffen mit bochum den abstieg zu verhindern dann bin ich mal gespannt ob wir es schaffen mit bochum den abstieg zu verhindern wir werden sehen was dann die saison bringt ob man wie die saison weitergeht mit uns leute bin ich mal gespannt leute wie es die saison mit uns weitergeht bin ich mal sehr gespannt ob wir bei der mannschaft bleiben wie wo was würde ich sagen wir schauen wir machen einfach unser bestes draus leute ein bisschen uns konzentrieren lassen wir jetzt die dinger schaffen das war jetzt nicht noch mal noch ein spiel mehr mache brauchen man es hat nicht viel gefällt aber ein bisschen brauchen wir noch alles mal gucken wie man es ob man ob man bochum in der bundesliga halten können leute und dann schauen wir dann schauen wir einfach was man was man machen heute treffen wir echt überhaupt nicht heute ist gar nicht so schlecht muss man sagen aber es wird fast nicht möglich das schaffen wir heute treffen wir überhaupt nicht überhaupt nicht mitgetroffen überhaupt nicht was wir da haben wir müssen eigentlich entsammeln brauchen wir brauchen noch ein brauchen noch eine runde war aber immerhin bei für jeden soviel brauchen dann wird es nach schwierig mit bochum hier die ausstieg zu ausstieg zu haben so zu sagen nicht abzustatten dass man nächste saison dann dass die immer wieder aussteiger werden wir werden immer mit schwächere punkte es wird immer schwächere punkte immer weniger punkte geben immer weniger punkte wenn er im spiel so halt wie im training leute wenn er so im training halt wie jetzt im spiel aber es wäre halt mega wenn er so spiel so haltet wie im training so jetzt haben wir noch einen versuch leute noch ein versuch leute aber wenn man jetzt immer so drei versuche für jeden für das spiel okay wir müssen jetzt die dinger treffen das ist echt gut wir müssen gucken dass wir boah dass wir die dinger treffen die punkte die brauchen wir die punkte wir müssen hoffen dass er die bälle jetzt ist zu hoch dann zu niedrig das wird ein spiel es wird ein harter kampf mit bochum den abstieg zu vermeiden wenn ich so den abstieg zu vermeiden den abstieg zu vermeiden wo ist so schade hat nicht vorhaben bieter es ist ein bisschen bieter aber wir müssen halt gucken Leute ich danke für ihre geduld und darf dann um ihre fragen bitten naja im spiel waren wir ja nicht machen können oder viel haben wir ja nicht machen wir haben ja wir waren ja bei internationalmangel wir müssen halt gucken wie die mannschaft jetzt hinkriegt Leute mit dem Boden lassen wir aufmachen jeder hat fängt von vorne jeder fängt von vorne jeder fängt von 0 an Leute in der Mannschaft an weil wir ja neu sind Leute und jetzt gucken wir das spiel mal und jetzt gucken wir das spiel mal und gucken halt wie wir es hinkriegen und dann mal ruhig dran wie es unten drin sein halt werden wir mal gucken wie wir es machen jetzt bin ich mal gespannt 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 jetzt müssen wir halt gucken wie wir es hinkriegen wie eine Taktik oder nicht mit ausstehen es wird hart jetzt wird hart hier 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 haben wir heute keine heute haben wir keine Brille an okay ist auch in Ordnung ist auch in Ordnung ist auch in Ordnung mit hier 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 ist auch in Ordnung okay müssen wir später mal nach dem Spiel mal gucken Müssen wir dann mal schauen, was... warum wir diesmal keine Brille anhaben... Oh Alter, BAM! Gleich das erste Tor für unser Team, Leute! Wichtig im Abstiegskampf, Leute! Wichtig im Abstiegskampf, Leute! Wichtig im Abstiegskampf, Tore zu schieben... Und wir haben heute keine Brille auf... Wir haben sie wahrscheinlich nach der Pressekonferenz verloren... Weil ich glaube ich in der Pressekonferenz hätte man eine Brille an gehabt, Leute! In der Pressekonferenz... In der Pressekonferenz... Alter, 2-0! Boah, aller Bohrung zieht mir gleich mal die Dinge her... Und wie gesagt, wir bleiben werden auch auf dem Schwierigkeitsgrad jetzt wirklich... Bleiben in diesem... Wir werden jetzt nicht in diesem Schwierigkeitsgrad noch... In dieser... Ding verändern... Bleiben in dem Schwierigkeitsgrad... Ach, wenn wir vielleicht dann alle Spiele wahrscheinlich gewinnen werden... Oder... Wie es weiter geht... Als dann wieder das... Ein Schwierigkeitsgrad... Wir bleiben jetzt schon auf dem Schwierigkeitsgrad... Und spielen aber jetzt... Die Karriere jetzt fertig... Und in der neuen Karriere... Gehen wir mal... Von bei Hamburg geht's nach... Um... Wie.... Okay, Varteil für Hamburg, okay, Varteil für Hamburg. Aber ich verstehe nicht, was wir mit dem Ding haben, Leute, mit unserem, dass wir keine Brille aufhaben, aber es war ein bisschen zu euphorisch vorgelegt. Wann bist du euphorisch vorgelegt, Leute? Wann bist du euphorisch vorgelegt? Das war ein bisschen zu euphorisch vorgelegt. Wie gesagt, man hat 2-0 gegen Hamburg schon geführt. Das war das erste Mal. Hör immer weg, die viele Leute hier in Bochumana. Ganz ruhig. Okay. Ja, da hat man keine Kontrolle in der Abwehrkarte. Dann gucken wir erstmal die Mannschaft, wie die den Abstieg vermeiden können. Und dann sehen wir ja weiter, ob wir bleiben sollten oder ob wir noch ein neues Team suchen. Wir gucken mal vielleicht, ob ein gutes Team diese Saison noch viele Leute ist. Und wenn nicht, dann gleich in der neuen Saison. Mal gucken. Oh. Ohalter, was war denn das für ein mieser Pass, Alter? Oh, zwei. Eieieieie! 2 Fehler eigentlich. 2 Fehler in der Abwehr. und dann kurz hieinander, wenn wir hier Hamburg wieder ins Spiel kommen lassen. Ja, ok. Oah, Junge. Ja, die Abwehr ist neu. Oh Mann, ja, nicht so unser Spiel heutelang. Leider nicht. Boah, Alter Junge, in drei, allein sechs Minuten Spiel gedreht, Leute. In sechs Minuten Spiel her gedreht, Leute. Und gegen Hamburg müssen wir gewinnen. Gegen Hamburg müssen wir einen Punkt gewinnen. Gegen Hamburg müssen wir gewinnen, eigentlich, Leute. Hamburg ist Pflichtsieg, Leute. Gegen Hamburg ist Pflichtsieg, Leute. Weil, wenn man... Hamburg ist mit Konkurrenz, Leute. Hamburg ist mit Konkurrenz, Leute. Hamburg ist mit Konkurrenz, Leute. Ich glaube, um diese... Um den Abstieg. So, sozusagen. Es geht um den Abstieg. Ja, die Spielen mit uns um den Abstieg. Ja, ja. Wir kämpfen... Ja. Hamburg kämpft mit uns um den Abstieg. Wir sind es nicht immer. Das heißt dann... Ähm nicht. Ja, ich wollte abbrechen und dann... Wir hatten die Mitte Pass. Da war... Ich hab... Ok, die Outfit mäßig passt eigentlich nicht so richtig. Na, gucken wir mal kurz, da ist mir kapiert. Ja, wir müssen noch 3-3 für gutes Ergebnis, die Leute. Ok, mir hin geht. Ok, die Klamotten sind ja ganz anders da, Leute. Wir haben ein komplett anderes Outfit gemacht. Ok. Müssen wir sagen, ein komplett anderes Outfit wie so. Es geht, nach dem Spiel hätten wir in der Mannschaft noch gucken, ob ein Vertrag gibt. Das ist schon länger. Jetzt müssen wir nachgucken, ob das man nicht in der neuen Saison, dass man die Spieler verlieren soll. Man weiß nicht, ob wir bleiben oder wie. Also, ich weiß nicht, dass wir nicht in der neuen Saison sind. Es ist ja nicht so, dass wir nicht in der neuen Saison sind. Das ist ja nicht so, dass wir nicht in der neuen Saison sind. drei punkte dann wäre man könnte man da geht man schon mal in der abstiegs plätze verlassen und geht man schon die abstiegs plätze verlassen leute da wären wir schon um die abstiegskämpfe weg leute mit dem sieg werden wir schon leck nächstes spiel geht es gegen lever kuhlundes das geht wirklich es geht wirklich um eins leute es geht wirklich um eins schaffen schaffen wir hier voilà fast durchkommet aber an der hamburg Es geht wirklich um den Hammernummern. Da waren wir schlecht in der Defensive abgestellten Leute. Da waren wir richtig schlecht. Die Niederlage wäre natürlich mega. Ja und das Ding ist natürlich gegen Hamburg einsam mit Konkurrenz. Mit Konkurrenten Leute, um den Abstieg Leute. Um einen der mit Konkurrenten Leute. Ah, mit Konkurrenten Leute. Um einen der mit Konkurrenten. Das wäre natürlich schon... Ja, gegen Leverkusen wird es richtig schwer, denke ich an den Leverkusen. Wir brauchen die Punkte gegen die, die bei uns mitspielen in der unteren Truppe. Weil die Finale, da muss man die Spiele gewinnen. Und jetzt ist es rum, Leute. Jetzt ist es rum. Jetzt ist es rum, Leute. Und nicht mehr lange zu spielen, Leute. Nicht mehr lange zu spielen, Leute. Und jetzt ist es... Boah, das ist jetzt Peter, Leute. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist... Fünf, ja, man, puh, alle, ja, ich irgendwie jetzt einen Punkt hole, leu, nur einen Punkt, es ist mir besser als nix, leu, ein Punkt wäre, nix besser als nix, jetzt halt offensiv, wir haben jetzt nix mehr zu verlieren, leu, wir haben nix mehr zu verlieren, leu, wir haben jetzt eh nix mehr zu verlieren, leu, gewinnen oder verlieren, wir haben jetzt eh nix mehr zu verlieren, leu, leu, bieter aller, wenn der durchkomme wäre, ah, schade, oh, man, zu lange, pass, ah, zwei Chance, einmal gerade noch, wo man, aber da war, hat Hamburg noch besser aufgekaufen, oh, boah, ja, die, ah, bitter, leu, das war bitter, leu, das war bitter, sehr bitter, man, war, wie, bei, war, sehr bitter, leu, oh, man, war das bitter, ha, bitter, okay, muss man nicht verstehen, oh, man, muss man nicht verstehen, oh, da, ja, wir müssen, wir müssen schneller, besser, ach, ich weiß mitander, je läu... oh, man, CARS Was, ganzełych, die der wir müssen weiter lernen wieder mal gucken sonst kommen müssen wir mit den verträgen gucken leute und dann schauen wir dann schauen wir mal machen würde ich auch mal ein paar post bekommen so leute jetzt würde ich sagen gucken wir erstmal und jetzt rein mit ihnen ok guck mal wo es überhaupt fahrzeugen Vielen Dank. Vielen Dank. So Leute, und dann geht die Sache, gehen wir weiter spielen zum nächsten Spiel, Leute. Es geht, es ist ein Kampf, Leute. Aber Leute, gegen Leverkusen werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann. Und Peachy, bis dann.